Nachdem wir bereits Ende Mai darüber berichtet haben, dass sich Animu Publishing die Lizenz einer der Comedy-Edgy-Serie Modern of the Goddess Dormitory gesichert hat, teilte das Unternehmen Koch Film, das den Amazon-Channel Aniverse betreibt mit, dass man die Serie für einen Simu-Cast mit deutschem Untertitel sublizenziert hat. Die ersten beiden von insgesamt zehn Episoden werden am 21. Juli um 20.15 Uhr veröffentlicht. Danach erscheint jeden Mittwoch eine weitere Folge. Der Simu-Cast soll dabei in der unzensierten Fassung erfolgen. Für die Produktion der Anime-Umsetzung zeichnete sich das Studio S-Read verantwortlich. Ihr wolltet die Mädchen aus der Romance-Comedy-Serie Rent a Girlfriend schon immer einmal in einem Rotkäppchen oder Polizistinnen-Kostüm sehen? Eine Kooperation macht es nun möglich. Das japanische Unternehmen Surprisebox stellte vor kurzem eine neue Produktionsreihe vor, welches aus vier Überraschungsboxen, die von den Heldinnen aus Rent a Girlfriend inspiriert wurde, besteht. Die Charakter-Überraschungsbox beinhaltet unter anderem eine Illustration des jeweiligen Mädchens. Shizuru Ichinose wird dabei als Polizistin, Mami Namami als Sokobus, Ruka als Rotkäppchen und Sumi als Krankenschwester gezeigt. Darüber hinaus erhalten Käufer mindestens fünf weitere Artikel zur Serie, die allerdings nicht vor der Auslieferung enthüllt werden. Im August beginnt KC-Anime mit der deutschen Disc-Veröffentlichung der Serie My Next Life As A Valence All Roots Lead to Doom. Passend dazu wurde nun der deutsche Sprechercast sowie das Design der zweiten Volumen enthüllt. My Next Life As A Valence kommt voraussichtlich ab dem 5. August als DVD und Blu-ray in den Handel. Die Limited Edition des ersten Volumes, welche die ersten vier Episoden mit deutscher und japanischer Synchronfassung umfasst, beinhaltet dabei einen Sammelschuber, Tomatensamen sowie ein zwölfseitiges Booklet als extra. Eine Vorbestellung ist dabei schon möglich. Das zweite Volumen erscheint dann am 7. Oktober und beinhaltet die weiteren Folgen 5 bis 8, sowie eine Artcard und weitere Booklets als extra. Mind Arians zweites Single Like Flames, welches als zweiter Opening Song für die zweite Staffel des Anime That Time I Got Reincarnated As A Slime zu hören sein wird, wurde am 7. Juli vor der physischen Ausgabe auf digitalen Plattformen veröffentlicht. Like Flames ist ein rasantiger Rocksong, geschrieben und komponiert von Sachiko, der Sängerin und Gitarristin der Mädchenrockband Flip. Wer auf Musikvideos steht, findet auf Mind Arians YouTube-Kanal eines zu Like Flames. Für asiatische Künstler recht außergewöhnlich, rief die Künstlerin dazu auf Coverversionen zu Like Flames zu veröffentlichen, gerne auch auf Englisch. Die Band Old Codex, welche zuvor den Titelsong der TV-Animeserie Free und des Films High Speed Free Starting Days beisteuerten, wurden erneut ausgewählt, um dem Titelsong Free The Final Stroke zu performen. Dieser noch unbetitelte Song wird am 15. September als Single veröffentlicht werden. Free The Final Stroke ist ein Film, der als letztes Kapitel der TV-Animeserie Free dient, welches seit 2013 in Japan ausgestattet wird. Der Film wird in zwei Teilen aufgeteilt werden, welche am 17. September dieses Jahres und am 22. Mai nächsten Jahres veröffentlicht werden. Paper Man Anime veröffentlicht hierzulande das Free Franchise auf DVD und Blu-Ray. Kaede Yiguchi, eine virtuelle YouTuberin, der zur Nitschishanji-Gruppe gehört, hat ein Künstler-Visual- und CD-Hüllen-Design für ihre zweite große Single Badass enthüllt, welche am 25. August veröffentlicht wird. Der Titelsong Badass ist das Eröffnungsthema der zweiten Staffel von I'm Standing on a Millions Live, welche im Juli 2021 starten wird. Die limitierte Erstausgabe enthält ein Künstler-Visual, während die reguläre Ausgabe Illustrationen enthält, die vom Produktion-Team von I'm Standing on a Millions Live veröffentlicht wurden. Am selben Tag erscheint außerdem die Kaede Yiguchi Live 2021 AIM Blu-Ray die Aufnahmen ihres Solo-Konzertes im Tachikawa Stage Garden am 19. Februar diesen Jahres enthält. Die Talentagentur Aoni Production gab am Mittwoch bekannt, dass Synchronsprecher Taiki Matsuno an Corona erkrankt sei. Matsuno hatte am Montag Fieber von 37,5 Grad Celsius, weshalb er sich in ein Krankenhaus begab und wurde am Dienstag nach einem PCR-Test positiv getestet. Matsuno ist unter anderem die japanische Stimme von Koga in Inuyasha. Der Anime-Twitter-Account von NHK gab am Mittwoch bekannt, dass das Sendedatum einiger Anime, die auf seinem NHK-ETV-Kanal ausgestrahlt werden, aufgrund der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokyo 2020 verschoben werden oder geändert werden müssen. Betroffen sind unter anderem Love Life Superstar am 25. Juli, 1. August und 29. August sowie Welcome to Deming School, die Uuma Kun, welcher am 28. August ausgestrahlt wird. Wo ist Walter? Diesen Satz habe ich seit Jahren nicht mehr gehört und nun ist klar wieso. Walter war auf der Grand Line und traf dort auf Piraten. Der offizielle Twitter-Account der One Piece Mitarbeiter gab nämlich am Montag bekannt, dass die kombinierte 33. und 34. Ausgabe vom Weekly Shonen Champ ein Crossover zwischen One Piece und der Who is Walter Kinder Buchreihe haben wird. Die Ausgabe wird am 19. Juli erscheinen. Das war die Aniflash Lite Ausgabe heute am Donnerstag, den 15. Juli 2021. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentarbox und wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns am Sonntag wieder zur regulären Aniflash Ausgabe. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Bis zum nächsten Mal.